Aktuellen Nummer 11 aus unseren Charts ist jetzt eigentlich die Zeit gekommen, die Pet Shop Boys nochmal kurz zu befragen zu deutscher Popmusik. You know, in Germany we are really influenced by English and American music, but you in England, do you know any German pop groups? Well, I like Kraftwerk. Kraftwerk? Yeah, I like modern. Ich glaube, das hätte Modern Talking werden sollen, das haben Sie mir nämlich vorhin schon erzählt, dass Sie Modern Talking gut finden, aber thanks for being here, I mean, it was very amusing, I guess, haben Sie hier schwer amüsiert.